Ablenken heißt das Spiel. Entschuldigung, ablecken? Lenken. Ablenken. Und es dürfte eigentlich euch nicht so schwerfallen, dieses Spiel, denn ihr seid ja auch Schauspieler. Und da müsst ihr hin und wieder ja mal einen Text lernen. Ihr seht gleich für euch einen Satz, den ihr euch merken müsst. Dafür habt ihr 30 Sekunden Zeit. In dieser Zeit darf euch der Gegner ablenken. Nach den 30 Sekunden ist Ruhe. Und man hat dann 30 Sekunden Zeit, den Satz genauso aufzusagen, wie er aufgeschrieben ist. Eine Frage, müssen wir sitzen bleiben oder können wir auch rübergehen? Rübergehen ist nicht erlaubt. Aufstehen, ja, aber nicht auf die Überlaufen. Du kannst hier sonst so rumlaufen, was du machen willst. Aber ich darf nicht zu ihm, Herr Rügel. Aber du darfst nicht auf seine Seite. Okay. Auch nicht unbedingt jetzt mit Wasser bespielen. Nein, 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 nein. Im Gottesdienst, nein. Wer alles richtig beantwortet, bekommt, oder es reicht dich aufsagen, bekommt einen Punkt. Also man muss den Satz eins zu eins, so wie er da steht. Wenn ein Fehler drin ist, ist es finito. Okay. Ganz deutlich schön spreche. Du darfst dir auch nicht die Ohren zuhalten, logischerweise. Nein, das sage ich gleich noch. Wer nach jeweils sechs Sätzen mehr Punkte hat, gewinnt das Spiel. Mein Gleichstand wird immer jeweils auf einem Satz verlängert. Die Münze entscheidet, wer anfängt. Die Hände des Denkers kommen ans Pult, so an die Seite, damit man eventuell nicht die Ohren oder irgendwas zuhalten kann und der Ablenker darf sich auf seiner Pultseite bewegen und sagen, was er möchte. So, anfangen wird mit Aufsagen. Bulli. Ich muss merken. Ich muss mir jetzt den Satz... Du musst dir jetzt den Satz merken. Du hast 30 Sekunden Zeit. Der Satz steht hier. Der Satz steht da. Rick versucht dich abzulenken. Ja. Nach 30 Sekunden ist Rick komplett ruhig und du sagst den Satz. Dann blenden wir den Satz jetzt mal ein. Und wann fange ich an? Jetzt. Achso. Okay. Welcher schwerer Satz. Deine Konzentration schwindet. In dieser Zeit liegst du schon längst im Peti-Peti-Peti. Der Typ hat so ein geiles Kurzzeitgedächt. Das hast du nicht. So, Ruhe. Richard Rick Carvanian ist nicht nur als Schauspieler erfolgreich, sondern auch als Synchronsprecher. Nein. Rick... Ah, fuck it. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ja, was? Richard Rick Carvanian ist nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Synchronsprecher erfolgreich. So wäre es richtig gewesen. Äußerst erfolgreich. So, nicht richtig beantwortet. Kein Punkt. Jetzt bekommt Rick einen ähnlichen Satz. Nicht den gleichen, logischerweise. Und Bulli darf ihn versuchen abzulenken. 30 Sekunden lang. Hinter uns. Entfüllt. Los. 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 Michael Bulli-Herbig begann seine Karriere beim Radio und kam dann über das Fernsehen zur Filmemacherei. Richtig! Richtig! Für mich ist es gerade auch ein großes Training für LOL irgendwie. Die hier versuchen nicht zu lachen, das ist stetig. Helden setzt sie LOL kommen, meine Damen und Herren. Ja. Dann kriegst du alles zurück. Oh shit. Okay. Bulli bekommt wieder einen Satz. Rick darf versuchen abzulenken. 30 Sekunden. Ab jetzt. Kannst du dich noch erinnern, als wir damals in Los Angeles waren? Diese Bedienung, die immer so ... Die kam da so und meinte, Mr. Herbig is in the house. Und ja, das war schon sehr lustig. Schau, wie du reagiert hast. Fand ich wahnsinnig lustig. Ich hab mich da sehr ... Und Avocado. Hey, tiene un avocado or dos avocados. No, no, no tiene avocado. Oh, Mr. Herbig is in the house. Hahaha. Ja, ja. Wie lange geht das noch? Mir fallen keine Gags mehr ein. Verdammt, ich habe eine Gags-Stau. So. Regenwürmer sind Zwitter und haben sowohl hinten als auch vorne weibliche und männliche Geschlechtsorgane. Vorne als auch hinten. Habe ich es umgekehrt gemacht? Ja. Kein Punkt. Sonst perfekt. Das war nicht überzeugend, Leute. So. So geht das. Rick könnte die Führung jetzt ausbauen. Wir sehen aber schon, die Sätze werden einen Tick schwieriger. Rick bekommt jetzt einen ähnlichen Satz und Bulli linkt ihn ab. 30 Sekunden ab jetzt. Hey, Löffler. Pass mal auf. Wer bin ich denn grad? Kannst du mich überhaupt hören? Hey, Löffler, pass auf. Gustav. 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 Eines Morgens, eines Morgens, bin ich aufgewacht, noch vor der Wecker gekracht. Hat! Stand ich da im Pyjama und wusch mein Haar mit Jojo-Ba-Öl. Gustav. 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 Die Amöbe wird auch Wechseltierchen genannt und ändert laufend durch Veränderung ihrer Gestalt... Und ändert durch Ausbildung von Scheinfüßchen laufend... Du hast übrigens mitgemacht bei Gustav. Ja, das war nicht sehr kollegial, wenn ich das... Ja, das war... Ich hab mich hinreißen lassen. Dafür hat er dir den Mond durchgehen lassen. Der Mond... Es bleibt bei 1-0. Ich bin jetzt ruhig. Sorry. Viel Spaß jetzt bei den nächsten Sätzen. Bulli. 30 Sekunden. Malesteat, der Satz des Pythagoras... Ach, das darf ich hin! Ach so! Halt, wer ist dran? Hä? Wie? Was? Was macht er? Ach so! Ich lenk dich ab! Das ist du! Scheife! Scheife! Bravo! Bravo! Das war einer Frau! Ich stetig bin und drück dich! Die Griechen sind wieder über die Westzwanke eingefallen! Nein! Es sieht aus, als ob das Quadrat nicht die Hypotenuse, sondern Pythagoras Problem hat bei der Verdauung! Das sieht mir nicht nach einem rechtssägigen Dreieck aus! Der Satz des Pythagoras besagt, dass ich scheiß drauf bin. Hat er den auch gelesen, oder was? Kannst du den mitlesen? Es haben beide... Es hat mich wahnsinnig irritiert! Das ist gut! Wann gewinn ich? Du musst noch, sagen wir mal, zwei Sätze richtig machen. Das wär gut! Fällt mir Schalt, dafür lass ich sie vierteilen! Ich weiß! Das ist aufregend! Aber da die Sätze ja relativ immer ein Tick schwieriger werden, hast du ja... Mit einem Punkt schon mal... Pfff! Okay! Hier kommt dein Satz! Moment, warte mal! Wer ist jetzt dran? Ich verstehe jetzt dran! 30 Sekunden ab! Okay! Also da steht die binomische Formel erlauben die Faktorisierung! Die binomische Formel! 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 Die binomische Formel erlauben die Faktorisierung! Die binomischen Formel erlauben die Faktorisierung von Termen! und sind im Grunde genommen Spezialfälle für Distributiv-Gesetze. Darf ich mal eine Sache sagen? Den Satz kann ich mir nicht mal merken, wenn mich keiner ablenkt. Aber mich würde was interessieren. Gibt es so Kollegen, die sich sowas wirklich... Das ist schwer, ne? Habt ihr das vorher getestet? Es ist hart. Und das haben sich Leute gemerkt? Es ist echt krass. Haben wir hier einen Astrophysiker? Aber wir machen vielleicht wieder einen Tick leichter für Bulli und Rick. Gehen zu Sätze mit drei, vier Wörtern vielleicht? Bulli, du bist dran. Zum Merken, 30 Sekunden ab jetzt. Hast du etwas Zeit für mich? Ah, 1737 und 1715. Ja, da war natürlich 1812 ne Menge los im 1754-95. Ich würde sagen 1731 war, aber 1744, da hatten sie echte Probleme. Und 1726 war ein schwieriges Jahr. Und als Henry der 16. kam, dachte sich Ludwig der 14. Leg mich doch am Ohr, wieso ist nicht 1745? Na ja, weil 1755 auch keine Chance hat und in 30 Sekunden der Mist ja vorbei ist und ich meinen zweiten Punkt bekommen will. Die französische Revolution wird in drei Phasen unterteilt. 1781 bis 1791. Aber bis dahin sehr gut. Ähnlicher Satz für Rick. Der führt noch 1 zu 0. Bitteschön, 30 Sekunden ab jetzt. Ich lass dich jetzt einfach mal ein bisschen lesen. Dann kannst du dich vielleicht besser konzentrieren. Weil wenn du dann nach Hause kommst, frag ich dich ab. Und wenn du es dann nicht weißt, dann gibt es ein paar Hiebe auf den Popo. Auf den kleinen Popo. Der Popo hat zwei Seiten. Die eine ist etwas größer als die andere. Ich weiß genau, welche ich schlagen werde. Auf die große, damit sie genauso klein wird wie die andere. Und dann wird er sich freuen. Dann wird er sich freuen. Dann wird er so lachen und Spaß haben. Wir sagen bitte nicht aufhören. Peter Gabriel sang bis 1975 bei Genesis. Film. Warum habt ihr abgebrochen? Weil das ein Affront ist. Man will mich ablenken, rausschmeißen. Ich versuch es einfach nochmal. Ansonsten. Peter Gabriel sang bis 1975 bei Genesis. Phil Collins sang von 1976 bis... Jetzt ist falsch. So nach einer Minute. Ich habe in der Zwischenzeit einen Roman geschrieben. Entschuldigung. Also da bin ich ja wirklich... Es war doch irgendwie... Es war doch jetzt irgendwie... Ich meine, es war nicht so falsch. Es war vollkommen richtig. Ich weiß nicht, ob du da oben... Da ist einer mit dem Kopf auf die Taste gefallen, weil er eingeschlafen ist. Ja, der ist eingeschlafen über dem... Oh, mein Füller. Aber du hast recht. Er hat schon einen schönen Plüschpo. Irgendwie... Das... Hat er gesagt. Was hat er? Das ist eigentlich einen schönen... So. Ich weiß nicht, worin es geht. Es geht um deinen... Oh. Ah. Ja. So, liebe Freunde. Ist der Notar wenigstens noch wach? Was machen wir jetzt? Das ist der Anschluss des Notars. Ja, hallo, hier ist der Notar, was gibt's? Genesis war falsch. Punkt geht an Bulli. Genesis war doppelt. Das sind ja nicht, oder? Der erste Satz, glaube ich, war wirklich... Also wenn er es richtig gemacht hat, dann würde ich entweder das Spiel wiederholen oder ihm den Punkt geben. Achtung, er ruft an. Den ruft jetzt an. Pass auf, jetzt ruft er ein Rab an. Du hast das R-Wort gesagt. Ich habe das R-Wort gesagt. Ich habe das R-Wort gesagt. Äh, 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 wir haben doch keine Zeit. So, was machen wir jetzt? Er tut mir, als ob er telefonieren würde. Ja, 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 ist richtig. Ja, 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 ja. So, ja, aber dann jetzt den Ballplatz oder später? Oder später. Okay. Okay. Na, was sagt er? Der Aiden ist ein guter Schafspieler. Ja, vielleicht darf ich ja demnächst mal irgendwo mitspielen. Ja, wir können gerne tauschen. Ich möchte dich hier mal sehen. Ich mache hier auch schon mal. Also, es gibt einen neuen Satz für dich. Und, äh, du hast jetzt wieder 30 Sekunden Zeit. Ach so, komme ich jetzt noch mal dran? Ja. Huh! Jetzt muss ich kurz, ja, bitte. Und, ähm, ich wünschte, ich könnte jetzt einfach den Punkt geben, weil es wurde ja ein Fehler gemacht. Aber, ja, vielleicht hätte er am Ende ja noch einen Fehler gemacht. Man weiß es ja nicht. Aber du bekommst jetzt einen neuen Satz. 30 Sekunden Zeit. Ab jetzt. Also gut, dann erzähl ich die Geschichte noch mal von vorn. Wenn du nach Hause kommst, dann erwarte ich dich mit einem Löffel. Einem großen Löffel. Hurra! Jetzt bin ich auf einmal der Pizzi-Bär. Ja, wo kommt denn der her? Hallo, Kasperl. Du, wenn du nach Hause kommst, da versohl ich dir den Popo. Genauso wie die Sissi. Aber die andere Seite, weil die, die die Sissi verprügelt hat, die ist ja schon geschwollen. Und deswegen kann ich da nicht mehr so draufhangen. Das sieht ja da nicht so ästhetisch aus. Hurra! Ich freue mich so. Hallo, Pizzi-Bär. Sag doch einmal was. Hallo. Guck, guck. Hallo, Pizzi. Huh? Er ist so konzentriert. Jetzt sagt er es wieder falsch. Der Genisiss. Shit. Die Staatsangehörigen der Dominikanischen Republik nennt man Dominikaner mit K. Ah, die Staatsangehörigen der Dominikanischen... Nee. Der Insel Dominika, der Insel Dominika nennt man Dominikaner mit C. Nee. Fuck, die waren... Sorry. Es sind echt krasse Sätze. Leider falsch. Die Einwohner der Insel Dominika nennt man Dominikaner mit C. Was habe ich gesagt? Nee, das ist fast falsch. Staatseinwohner hast du schon als Stadteinwohner gesagt. Ah, okay, okay. Komm, alles gut. Ja, gut. Du hast vorhin gesagt, die Sätze werden leichter. Ich finde auch, der Ersatzsatz war nicht in der Qualität des Satzes davor. Ich weiß... Schönen Gruß an den Herren Juristen. Oder an den Mann mit dem R-Wort. Aber es ist nun mal... So ist es nun mal. Fehler passieren. Fehler passieren. Wir sind alles nur Menschen. Bulli ist dran. 30 Sekunden. Wie viele Sätze haben wir jetzt eigentlich schon? Weiß man das irgendwie? Wie viel muss man denn? Wissen wir noch? Weiß man noch? Ist egal. Komm, Bulli, mach einfach. Was haben wir? Ich glaube, vier. Jetzt kommt der fünfte. Okay, Bulli, hier dein Satz. 30 Sekunden. Was ist denn los mit dir, du kleine biologische Sackratte? Die biologische Sackratte ernährt sich ausschließlich von blauen Mützen und von Kappen, die aus Blattgold sind. Wobei Weißgold auch eine schöne Alternative wäre. Aber die Folie aus der Delegierung gemacht wurde, ist eigentlich aus Bronze. Deswegen bezeichnet man sich als Urgesteins-Goldfolie. Oder auch als Blattlegierung aus Regierungen, die eigentlich aus der Dominikanischen Republik sind. Also, wer die Folie aus Gold gewinnt, wird Blattgold-Weltmeister. Und die Goldlegierung wird hergestellt aus Uran. Als Blattgold bezeichnete Folie. Fuck. Nein. Jetzt habe ich es mir so gut gemerkt. Hey, was meinst du, wie es mir vorhin ging? Jetzt habe ich es mir doch so gut gemerkt. Ich habe es mir doch gerade gewusst. Kann ich den Videobeweis noch mal geben? Was stand da jetzt? So, Rick, du kriegst jetzt den Fünften. Und da wir ja sechs Sätze spielen, solltest du diesen jetzt richtig machen, hast du dieses Spiel gewonnen. Und da drücke ich alle Daumen. 30 Sekunden Zeit. Hier dein Satz. Grüß Gott, mein Name ist Falthauser. Ich bin da, um Sie zu kontrollieren. Ihre Größe steht im Ausweis 1,32. Ihr Gewicht ist bei 150 Kilo. Ich glaube, Sie sind ein Ausweisfälscher. Das kann ja nicht sein. Bitte stehen Sie mal kurz auf und zeigen Sie mir mal. Bitte zeigen Sie mal Ihre Schuhgröße, weil da steht irgendwas von 163. Haben Sie überhaupt Schuhe? Sie haben ja überhaupt keine Schuhe. Sie haben ja Blattfüße und ein künstliches Hüftgelenk. Was macht übrigens Ihr linkes Glasauge? Das steht nämlich auch da drin in dem Ausweis. Können Sie mich überhaupt sehen? Aus, dann sind Muscheln und gehören dem Unterstamm der Schalen, äh, der Weichschalentiere an. Elton ist eingeschlafen. Es waren die Schalenweichtiere, du warst... Das war griechisch. Aber dass er aufstehen darf? Er aufstehen darf? Er darf nur nicht auf deine Seite kommen. Der Griecher hat sich hineingeschummelt. Was soll man machen? Einmal Griecher, immer Griecher. Letzter Satz. Bulli muss ihn jetzt richtig machen, damit er im Spiel bleibt. Danach hat Rick noch einen und kann natürlich den auch noch richtig machen. Bulli, 30 Sekunden, ab jetzt. Also aus Kairo gelangten die Ägypter ohne Kenntnisse des Brotverbackens über Griechenland und das Tömische nicht so reich nach Europa. Wobei Europa war im Römischen, war ich meiner Kenntnisse nach, ich hab nicht so viel Brot gebacken, sondern ein bisschen Veta. Hat man nicht gebacken, aber ich heiße Soufflaki, ist auch nichts zu backen. Aus Ägypten, der Auszug der Ägypter, gelangte meiner Kenntnis an einem Brot... Wer backte schon Brot in Ägypten? Die Griechen? Nein, die Römer kamen, die Römer gründeten ein ägyptisches Reich, um mit den Griechen ein noch reicheres Brotback-Konzept zu erfinden, was heute von Ägypten aus gelangten die Kenntnisse des Brotbackens über Griechenland und das Römische Reich nach Europa. Richtig! Rick hat es aber jetzt in der Hand richtig gut konzentrieren. Wenn der Satz richtig ist, hat er das Spiel gewonnen. Wohl überlegt schon, wie er ihn ablenken kann. 30 Sekunden ab jetzt. Also ich habe lange überlegt, ob ich so sprechen soll heute Abend. Aber jetzt mache ich es einmal. Einfach damit du mal die Stimme wieder hörst, weil du die schon lange nicht mehr gehört hast. Und weil ich dich einladen würde auf kleine Rundfahrt. Vielleicht hier durchs Studio an diesen ganzen Leuten da vorbei. Die haben was vorbereitet. Kleine Schneckereien. Also Süßigkeiten sind Schneckereien, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das sind diese kleinen Schneckerl, wo oben so ein bisschen ein Kästchen drauf ist. Die kann man sich wunderbar in die Nasenlöcher stecken. Dann riecht man nichts mehr, weil hier drin stinkt es ja so furchtbar. Nach einer Meinungsumfrage nutzte im Jahr 2015 jeder fünfte Erwerbstätige ein Faxgerät. In Deutschland hat gefehlt. Oh, könnte ich gerade mal in hohem Bogen über die Antarktis. Jetzt 1 zu 1. Weiter geht es. Jeder Satz entscheidet jetzt. Natürlich hat Rick immer noch einen Nachsatz, wenn Bulli jetzt was richtig macht. Oder? Ne, gar nicht wahr. Wenn auch hier... Mach... Bulli fängt jetzt an. 30 Sekunden. Ich habe die Kartoffel geteilt, aber Deutschland lässt sich nicht so leicht durch vier teilen. Und wenn du denkst, die Erdkrümmung ist ein Apfel, hast du einen Grund zur Birne. Weil wenn du eine Birne im Kopf hast, bist du kein Erdapfel. Und die Kartoffel ist nicht so birnisch wie der linke Teil von Deutschland. Weil der rechte sieht eher aus wie ein Pflaumenkuchen. Deswegen würde ich den Erdapfel nach rechts schieben, die Kartoffel nach unten. Und schon haben wir das Grundgesetz der Birne im Gesetz verankert. Aber wer glaubt, dass die Teile Deutschlands auch als Erdapfel bezeichnet werden könnten, ist eine Kartoffel mit deutschem Pass. Die Kartoffel wird in Deutschland auch als Erdapfel oder Grundbirne bezeichnet. In Teilen Deutschlands. In Teilen hast du... Teilen habe ich vergessen. Zeit war eh um, ne? Zeit, ja. Aber wenn du Fehler machst, ist ja sofort... Das ist so hart. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn du Fehler machst, ist ja sofort raus. Ja, ja. Deswegen ist die Zeit eigentlich egal. Rick. Yeah, baby. Jetzt. Ich glaub an dich. Ich auch. Hier dein Satz. 30 Sekunden. Harry Potter wurde weltweit Erfolg. Vierte Roman. Zu einem Reihe Potter Harry. Zu einem weltweiten Harry Potter Reihe wurde Roman. zu einem... Die Harry Potter. Harry Potter. Vierte weltweite Erfolg. Zu einem... Erst mit dem Roman. Die Harry Reihe Potter. Zu weltweiten Erfolg. Roman. Potter Harry Reihe. Potter Harry Reihe. Vierte Roman. Erst mit Erfolg von die Potter. Die Harry Potter Reihe wurde erst mit dem vierten Roman zu einem weltweiten Erfolg. Jawohl! Das kann man sich so schwer vorstellen, wenn man hier so hockt. Krass. Ja, aber wenn du so Text lernen könntest, wärst du der Größte. Ja. Das ist wirklich... Wow. Rick holt weiter auf. Vor allem die letzten Sätze waren jetzt nicht so schwer. Die waren besser, ja. Aber zwischendrin, das waren ja Wahnsinnsdinger. Naja. Naja. Gut. Machen wir Feierabend. Punkte. Es steht jetzt 42 zu 36 für Rick. Doch mal, das hat dir doch gerade gefallen, was du gesehen hast. Oder? 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 Also, sofort bitte YouTube-Kanal Abonnement. Sonst bist du nicht dabei, versteht? Bist du raus im Trend raus und dann... Schlecht. Achtung? Vielen Dank.